Herzlich willkommen zur Yoga-Einheit. Wir nutzen hierfür die Yoga-Blöcke sowie eine Yoga-Matte. Als Schwerpunkt des Trainings kümmern wir uns um die Stabilität sowohl als auch um die Mobilität. Henning zeigt dir heute die Übungen jeweils einzeln und ich führe sie nachher mit dir gemeinsam als Flow durch. So, wir starten mit Übung Nummer 1. Henning, komm bitte mal in die Liegestützposition. Vielen Dank. Achte bitte bei dieser Position darauf, dass deine Hände direkt in einer Linie mit Ellbogen und Schultergelenk sind. Schau, dass du genug Spannung hast zwischen deinen Schulterblättern und dass dein Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Deine Ellbogen drehst du leicht nach hinten, prima, sodass die Ellbogen nach hinten in Richtung deiner Fußspitzen zeigen. Sehr gut. So, wir gehen an den Rumpfbereich. Hier hast du viel Spannung, siehst den Bauchnabel zur Wirbelsäule und hast dein Becken fixiert. Deine Beine sind kraftvoll nach hinten durchgestreckt. Bist du Yoga-Anfänger, halte diese Übung einfach für 40 bis 60 Sekunden. Wenn du fortgeschritten bist, machst du nachher diese Übung als ersten Part im Flow. Lass uns übergehen zur Übung Nummer 2. Henning, setz bitte mal deine Knie ab und richte den Oberkörper auf. Wir kommen zum sogenannten Kamel. Deine Hüfte ist gestreckt und die Hände sind hinten auf den Blöcken positioniert. Nun streckst du einmal kraftvoll deine Hüfte nach vorne und oben, öffnest den Brustbereich und rotierst deine Schultern nach hinten. Auch hier hältst du die Übung als Anfänger 40 bis 60 Sekunden oder nimmst das als Übung Nummer 2 in deinem Yoga-Flow. Deine dritte Übung ist der herabschauende Hund. Henning positioniert nun die Hände wieder etwas breiter als schulterbreit auf der Matte und schiebt dein Steißbein maximal nach oben in Richtung Decke. Achte darauf, dass die Schultern weit weg von den Ohren sind, dein Rücken ist gerade und du schiebst deine Fersen hinten unten maximal nach unten in den Boden. Wenn du kannst, streckst du die Beine, ansonsten hältst du sie gerne leicht gebeugt wie der Henning. Du kommst direkt von Übung 3 zu Übung 4. Und zwar machst du wie eine Welle in deiner Wirbelsäule, rollst dich nach vorne und oben auf und kommst in deine Ausgangsposition zurück. Stabilisier dich hier und bring wieder Spannung in den ganzen Körper. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob Yoga auch genau das Richtige für dich ist. Ich sage ganz klar ja. Yoga ist für jeden ein Riesenmehrwert und verbessert deine Mobilität, Stabilität, wie bereits gesagt, sowohl auch deine Körperwahrnehmung und deine Ansteuerung. Wir führen nun gemeinsam den Yoga Flow durch und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, dir hat die Yoga Einheit genauso gut getan wie mir. Bleib auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Und wenn du noch weitere Übungen brauchst, weitere Workouts oder Informationen zum Fit Team Personal Training oder zu unseren Produkten, dann schau gerne in dem unten stehenden Link und ich freue mich auf dich. Bis bald!